Wir perfektionieren unsere Schülern in allen Schulungsgebieten. Permanent Make-up, Micro-Blading, Remover, Mikro-Niedling, Plasma-Lifting, Henna-Brow, Wimpern-Verlängerung, Wimpern-Lifting. Wir haben Workshops in sämtlichen Bereichen. Ich bin Trainer hier im Haus im Make-up-Bereich. Ich bin professioneller Make-up-Artist. Wir haben uns mit Bibi hier in der Akademie kennengelernt, da ich selbst einen Workshop bei ihr gemacht habe im Micro-Blading-Bereich. Das hat mich sehr gereizt und interessiert und habe auch viel von der Akademie gehört. Der Unterschied bei uns in der VIP Akademie ist, dass wir im theoretischen Bereich sehr intensiv schulen. Wir arbeiten auch mit Fachärzten zusammen. Wir sind zuzüglich sehr aktiv in asiatischen und amerikanischen Gebieten. Wir unterstützen die Wir sind wir hier in der Karte und wir hier in der Karte und wir hier in der Karte. Wip Kozmetik Akademie Untertitelung des ZDF, 2020